Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Badwars, heute auf der neuen Map Dream. Und die Map scheint ziemlich cool zu sein. Oh nein. Oh nee, heiße ich jetzt echt. Geil, hoffentlich werde ich gefokust. Ach man, naja. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Die Map war auf jeden Fall, oder ist ziemlich, ziemlich cool. Bin sehr gespannt, wie sich das hier jetzt in dieser Runde entwickeln wird. Aber das sehen wir ja dann gleich, wenn ich mich mal aufmache und Leute totschlage. So, erstmal noch ein ganz, ganz kleines bisschen Nahrung, damit es mir gut geht. Und das reicht dann vielleicht auch schon, um in die Mitte zu kommen. Geil, ah okay. Die Nachbarn können mich am Arsch lenken. Ich habe kein Interesse an euch, alles, alles egal. Mir ist einfach alles egal hier. Wenn ich hier hingehe, dann kriege ich nämlich nicht, hoffentlich. So, ja, vielleicht auch mal richtig bauen und nicht einfach daneben. Ah, bin gleich da und ich glaube, das reicht sogar. Ja, okay, ich bin da. Bin ich erst da? Ja, bin ich. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank. Aber leider hat er mir Atems weggeklaut. Das wäre egal. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier ein bisschen. Willkommen zur... Ich bin behindert, ciao, obwohl ich voll toll bin, ja. Ah, 9, 4. Nee, okay, ich gehe. Ich habe genug für ein Schwert. Alles. Okay. Okay. Keine Ahnung, was das war, warum der jetzt auf einmal so krass da vorne gejumpt ist. Aber kann man ja mal machen, ne? Mach ich meistens halt ein bisschen schwerer. Ja. Genau, das war das Ziel dieser kleinen Aktion. Wollte eigentlich nur das Ganze etwas erschweren. So, nice. Jetzt müssten hier eigentlich noch zwei rumschauen. Gib mir doch was, Alter. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt gehen die mit und kriegen alles, weil ich so behindert bin. Ich hätte eigentlich schon ein Schwert und einen Bogen. Boah, das war echt... Ich verstehe einfach nicht, wie der gesprungen ist, Mann. So, nehmen wir das. Und dann gucken wir mal. Ist da jemand? Ja, da ist einer drauf. Hä? Ach, der geht wieder zurück. Ach, nee. Alter, komm schnell. Eine... Eine Charge Gold. Oh, scheiße. Oh, nein. Was mache ich denn jetzt hier? Oh, Mann. Ich muss unbedingt da hin. Ganz, ganz dringend. Ich gehe da jetzt direkt hin. Der hat zwar einen Bogen, aber ich muss den jetzt töten, sonst... Der will nachher zu stark mit dem Bogen. Das will ich nicht. Und hi. Wow. Gute Reaktionszeit, muss man sagen. Also, bin ziemlich impressed. Tja, da ist dein Bett. Weg. Tschüss. Ist er irgendwie tot? Ja, ich glaube, der ist irgendwie auf K gegangen, nachdem ich ihn hingerichtet habe. So, ich glaube aber... Ja, ich kaufe jetzt erstmal einen Bogen. Vielleicht bin ich sogar der Einzige. Das ist zwar echt krasses Wunschdenken, denn... Ja, das ist echt unwahrscheinlich. So, so viel Zeit, wie ich gerade schon verschwendet habe. Und hier ist jetzt mit Sicherheit... Ja, okay. Einer hat einen Bogen. Mindestens einer hat einen Bogen. Ah, Schuss. Hoffentlich war der das mit dem Bogen. Das wäre witzig. Sechs. Okay. Dann gehe ich mal eben blau töten. Auf meinem Bett scheiße ich einfach mal. Und da ballert jemand auf mich. Nice. Hoffentlich kriegt er mich. Geile Sache. Einer. Och. Okay. Mal kurz das Schwert holen. Nice. So, Sekunde. Habe ich ihn runtergekickt? Ne, habe ich nicht. Alter. Kleine Nervensäge, ne? Jetzt ist er unten. Okay. Nice. Schade, ich dachte... Ich dachte, ich hefte so. Er rennt weg. Hä? Lol. Jemand anders hat den getroffen. Nice. Hast du gut gemacht. Kann ich mir jetzt doch scheiße. Ich baue einen Speedrang oder sowas. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Zack. Dann gehe ich mal einfach hier rüber. Und scheiß auf das Gold. Denn der Typ da hat irgendwie einen Bogen. Und das mag ich nicht. Oh, warte mal. Alter, hätte ich den getroffen, ne? Also, dann würde ich eigentlich auch davon ausgehen, dass ich einen Einbott habe. Ich glaube, ich kann mir sogar noch... Warte mal, Sekunde. Ja, klar. Nice. Nochmal hier ein bisschen was holen. Dann nochmal ein bisschen Esen haben. Oh, ja, lecker. Schmeckt klein und rund. Ja. Schön. Jetzt geht es mir auf jeden Fall gut. Zwar nicht mehr lange, weil mich jetzt gleich eh einer runterkickt. Aber man kann ja nochmal hoffen, ne? Aber vor allem hier kann man... Och, hier lohnt sich der Trank gar nicht bei dem Rumgejumpe. Sauber. Nice. Nice, nice, nice. Wer ist das, der mich da abballert? Der da, ne? Also, wie? Hä? Als ich dich jetzt gerade irgendwie fünf hintereinander getroffen hätte. Einmal noch, dann ist dein Bogen weg. Vor allem hier, da kann einfach einer von hinten kommen oder so, aber... Steht mir halt, johlos, weg, weg. Ich gehe wieder zurück. Ja. Ist mir egal. Ist mir alles egal. Hoffentlich hat er keinen Bogen, aber ich bezweifle es, weil der noch nicht mal in die Miete gebaut hat. Oh, ja. Aber still, Alive. Ähm. Ja, jetzt ist die Frage, weißt du was? Ich mache mal was, was ich wirklich sehr selten tue. Und zwar einfach mal den stärksten Bogen kaufen. Was ist los? So. Dann noch zwei Kisten. Und zwar an einem Ort, wo der nicht unbedingt nachguckt. Kann nur sein, dass ich hier nochmal irgendwann zurückgehe. Ah, die Hälfte kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Schön. Okay. Dann besorge ich mir nochmal eben... ...nen Speed-Trunk. Keine Ahnung, wie lange meiner noch hält. Hier, nehmen wir nochmal 8000 mit. Ich habe ja hier noch 48 Sekunden. Okay. Dann gehe ich mal rüber zu dem da. Vielleicht sieht er mich nicht. Das ist eigentlich auch egal, wenn er mich sieht. Solange er keinen Bogen hat, kann er mir eh nichts. Ah, Rot ist tot. Wahrscheinlich. Türkis. Hä? Gelb existiert gar nicht mehr. Warum sollte ich denn da rüber? Geil, Manuel. Geil. Ah, so. Da schlucken wir. Und da ist auch schon der erste Knecht. Geht der? Ja, der geht. Nice. Boah, ey, weißt du? Und dann treffe ich nicht. Ja, geile Sache. Dann treffe ich ausnahmsweise mal nicht. Hä? Hä? Der hat mich einfach nicht getroffen. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Gott sei Dank, Alter. Das war ja ultra knapp und dumm. Ja, okay. Ich sterbe halt. Ja, okay. Okay, was war das denn bitte? Letztend wird auch nicht eingebaut. Nice. Ja, okay. Gut. Das zweimal anschlagen lohnt sich nämlich auch, wenn die nicht runterfallen. Denn dann kann man die einfach mit dem Bogen wegklatschen. Finde ich ziemlich geil. Es lebt nur noch. Äh. Pink. Ne, Rot. Nicht doof. Ja, scheinbar. Oh nee, das ist der Typ, der mich erkannt hat. Oh, okay. Mein Bett. Naja, bringt dir eh nix. Das bringt dir eh nix. Ist aber schön, dass du direkt schreibst, wer ich bin. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie mit gutem Grund getarnt. Sehr schön. Sehr schön. Könnte mir echt, warte mal. Eine Enderperle kaufen. Rettungsplattform wäre auch ganz, ganz toll, aber. Oder ein Stärketrank. Aber ich glaube, das brauche ich für den nicht. Oh, da ist er. Oh Gott. Oh, komisch, ne? Das ist der Typ, der mich einfach enttarnt hat. Ultra scheiße. Nice. Neun Minuten gegen die Runde. Ja, komm, das nehmen wir einfach mal. Ach, ne, ne, echt schöne Map. Die auch schön, äh, performant ist. Die lag nicht. Das finde ich sehr gut. Ja gut, dann, äh, bewerte den Part. Und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal wieder. Aber nur eventuell, wenn das Video 500 Milliarden Likes hat. Also jetzt lösche ich den Kanal jetzt gleich. Tschüss.